Unser nächster Redner macht sich stark für mehr soziale Verantwortung im Gesundheitswesen. Ich begrüße sehr herzlich Dr. Med. Ellis Huber. Ja. In der Gesundheitsrevolution wirbt er für einen Wandel in der Gesundheitsförderung und im Gesundheitswesen. Zu seinen beruflichen Stationen zählen das Amt des Ärztekammerpräsidenten in Berlin, Geschäftsführer und später Vorstand der Secovita-Krankenkassen. Und Ellis Huber ist Vorstandsmitglied des Berufsverbandes Deutscher Präventologen. Dazu wird er uns bestimmt in seinem Vortrag auch noch was sagen. Herzlich willkommen, Dr. Ellis Huber. Dankeschön für die liebenswürdige Begrüßung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir leben in einer Welt, die sich stürmisch verändert. Und wir spüren gegenwärtig, wie vieles umbricht. Dabei ist Yoga Vidya eher ein Hoffnungssymbol für eine künftig kommende Welt. Wir haben gestern Abend im Vortrag gehört, wie die Finanzwirtschaft mit einem globalen Monopoly die Leute um Lohn und Brot und die Gesellschaften um Glück und Zukunft bringen kann. Ich will Ihnen heute in meinem Vortrag zeigen, in welchen größeren Dimensionen die Entwicklungsprozesse einzuordnen sind, die gegenwärtig ablaufen. Denn eine Gesundheitskraft ist ganz klar, wenn man das innere Gefühl hat, klarzukommen mit dem, was da läuft und auf uns zukommt. Wenn man durchblickt und sich dabei nicht allein fühlt, ist man auch besonders gesund. Und man bewältigt auch alle Krankheiten, die da kommen können oder da sind, besser als andere. Autonomie. Selbstständig sein eigenes Leben meistern zu können, trotz eines körperlichen, seelischen oder sozialen Handicaps. Das ist die Aufgabe und die Zielsetzung für eine Heilkunst und Heilkultur von morgen. Wege dorthin gibt es viele. Es gibt nicht den einzig Richtigen, sondern es gibt viele Abenteuer, die das Leben spannend, bunt und beglückend machen können. Viel früher als die Heilkundigen haben die Ökonomen entdeckt, dass eine neue Zeit aufkommt. Wir werden morgen von Händlern die Einzelheiten und die Feinheiten des sechsten Kontratiefs noch vermittelt bekommen. Alle großen Ökonomen, Schumpeter an der Spitze, haben über die langwelligen Wachstumsprozesse der Volkswirtschaften gearbeitet, überlegt, welche Gesetzmäßigkeiten gibt es da. Und es gibt Gesetzmäßigkeiten, die den Aufschwung von Wirtschaft und das Wachstum von Gesellschaft bedingen. Seit Beginn des Industriezeitalters sind diese langen Wellen in der Größenordnung von 50 bis 70 Jahren immer einhergehend mit einer technischen oder sozialen Basisinnovation. Davon abgeleitet gibt es neue Möglichkeiten, Märkte zu erschließen, das Leben zu gestalten, die Wirtschaft nach vorne zu bringen. Es begann mal mit der Baumwollindustrie und der Dampfmaschine als Basisinnovation. Bedeutsam für uns ist, dass sich zwischen dem vierten und fünften Kontratief etwas ändert. Plötzlich sind nicht mehr materielle Güter, Rohstoffe, billige Energie entscheidend für Entwicklungsprozesse, sondern eher immaterielle Werte. Die Informationstechnologie und die Kommunikationswirtschaft als davon abgeleitete Folge fußt sehr viel mehr auf kreativen Ideen, auf geistigen Ergebnissen. Viele staatlichen Regulationsfelder kommen da gar nicht mit. Wenn Sie mit einer neuen Festplatte über eine Grenze gehen, wo noch Zoll verlangt wird, fragt man nach dem Verzollen. Sagen Sie, da ist was drauf, die ist gebraucht, lässt man sie mit dieser Festplatte durch. Also das, was heute Wert ausmacht, ändert sich im Kern. Und die Makroökonomen fragen nun, was wird die nächsten gesellschaftlichen Aufbrüche bedingen. Und man kommt zum Ergebnis. Die Basisinnovation, die ansteht und die davon abgeleiteten Märkte, sind psychosoziale Gesundheit. Und all die Dienstleistungen, all die Produkte, all die Umgangsweisen von Menschen mit Menschen, die ein Mehr an psychosozialer Gesundheit bedingen und befördern, werden bedeutsamer und bekommen neue Bedeutung. Und psychosoziale Gesundheit heißt nicht Gentechnologie, nicht Biomedizin, nicht das, was man bisher mit Gesundheitsversorgung in Zusammenhang brachte, sondern biopsychosoziale Gesundheit strebt danach, das Zusammenleben von Menschen miteinander anders, besser, gesundheitsförderlicher zu gestalten. Das hat natürlich viele Gründe, warum das so notwendig wird. Einer davon ist der demografische Wandel. Was Sie hier sehen, ist der veränderte Altersaufbau bei einem großen deutschen Unternehmen, der BASF in Mannheim-Ludwigshafen. Etwa zehn Jahre ist im Durchschnitt die Belegschaft in einem großen Unternehmen der Bundesrepublik Deutschland heute älter, als vor 50 Jahren und ein Unternehmen hat im Weltmarkt nur dann Überlebenschancen, wenn es auch gelingt, die Belegschaft etwa zehn Jahre gesünder zu halten, als es bisher möglich war. Investitionen also in Gesundheitsförderung, in die Gesundheit sind überlebensnotwendig für Unternehmen, die selber Zukunft haben wollen. Und der Vorstand der BASF hat einen Beschluss gefasst mit dem Inhalt, wir wollen erreichen, dass die arbeitsbedingten Fehlzeiten in unserem Unternehmen auf Null herabsinken. Und man ist dabei, ein systematisches Gesundheitsförderungsprogramm, ein systematisches Gesundheitsmanagement in diesem Unternehmen umzusetzen. Das geht nicht ohne Schwierigkeiten, das geht nicht ohne Widersprüche. Kommt ein neuer Vorstand, gibt es neue Entscheidungen. Die betriebsmedizinischen Dienste entwickeln andere Konzepte als die Personalratsvertreter. Also in allen Unternehmen gibt es in diesem Kontext ein Auf und Ab. Etwa ein Drittel der Unternehmen in Deutschland hat bereits ein systematisches, betriebliches Gesundheitsmanagement etabliert. Oftmals zufällig einzelne Yoga-Kurse oder andere Angebotsverhältnisse. Zwei Drittel sind noch nicht so weit und sehr schwierig wird es im Bereich der mittelständischen und kleinen Unternehmen. Entscheidend ist, dass Gesundheit zur Führungsaufgabe wird. Sind die Mitarbeiter krank, ist das Unternehmen der wirkliche Patient. Und Gesundheit zu entfalten und zu entwickeln ist Führungsaufgabe und es beginnt bei den Führungen. Wenn die Geschäftsführungen nicht in der Lage sind, für sich selbst zu sorgen, glaubwürdig auch gesundheitsorientiert zu leben, eine vernünftige Work-Life-Balance hinzukriegen, werden es die Mitarbeiter auch nicht können. Der zweite Punkt ist ein dramatischer Wandel der Krankheitsbilder. Die Zahl der psychischen Krankheiten hat vom Jahr 2000 bis zum Jahr 2010 in großen Krankenkassen generell um 80% zugenommen. Das ist sozialepidemiologisch ein wirklich dramatischer Wert. Die häufigsten Diagnosen bei einer deutschen Krankenkasse, die ja gemessen werden durch das Verteilprozedere im Gesundheitsfonds. Die häufigsten Diagnosen sind hier gelistet. An erster Stelle steht die Depression. Burnout ist nur eine Umschreibung für die klassische Depression, hat letztlich die gleichen Symptome. An zweiter Stelle die Angst. An dritter Stelle die Hypertonie. Und der hohe Blutdruck hat in der Regel keine wirkliche körperliche Ursache. Es ist Ausdruck einer inneren Last, einer inneren Druck, der mit Arbeitsverdichtung, mit Beschleunigung der Arbeitsabläufe zu tun hat, der mit Sinnverlust zusammenhängt, der mit Stress und Angst einhergeht. Und der hohe Blutdruck lässt sich eben nicht medizinisch beantworten, sondern braucht eine andere Form des Umgangs der Menschen mit ihrer Arbeit miteinander. Bei der Secovita kommt die Schwangerschaft an vierter Stelle. Das hängt damit zusammen, dass in diesem architektonischen System des Gesundheitsfonds Schwangerschaft wie eine Krankheit behandelt wird. Müsste man nicht tun, ist aber noch der Fall. Der Rückenschmerz. Rückenschmerzen sind auch kein Problem von Bandscheiben. Rückenschmerzen haben Menschen besonders häufig, die sehr erfolgreich sind in unserem Wirtschaftsleben. Leute, die, so Hans Dampf in allen Gassen, 100.000 Wohlpersönlichkeiten, die immer gebraucht werden wollen, selbst aber niemanden brauchen dürfen, bei denen ein Gleichgewicht zwischen aggressiver Selbstbehauptung und dem inneren Vertrauen, sich auch mal fallen lassen zu können, nicht mehr stimmt. Ich habe meinen Rückenschmerzpatienten immer ein kleines Büchlein empfohlen, dass diese innere Ambivalenz sehr gut zum Ausdruck bringt. Der Kurgast von Hermann Hesse beschreibt dort vier Wochen Aufenthalt in Baden in der Schweiz und all die Widrigkeiten, die einem so umfangen, wenn man es im Rücken schmerzend hat. Und wie man rauskommt aus dieser Situation, Hesse endet in seinem Buch mit der Selbsterkenntnis nicht mehr, meine Ischias hat mich, ich habe meine Ischias. Und wir stellen nun fest, bei vielen Menschen, die chronisch krank sind, dass das ein entscheidender Punkt ist. Die innere Erkenntnis, nicht meine Krankheit regiert mein Leben, sondern ich habe ein Problem und muss mein Leben trotzdem meistern. Autonomie im Umgang auch mit chronischen, körperlichen oder seelischen Gebrechen ist eine Aufgabe helfender Berufe der Zukunft. Und wenn wir hier reingucken, an sechster Stelle Wahn und Psychosen, bereits an zehnder Stelle des Hyperaktivitätssyndroms bei Kindern, erkennen wir eins überdeutlich, das ist der Spiegel einer gesellschaftlichen, globalen Krankheit. Das ist der Spiegel eines zerbrechenden sozialen Bindegewebes und nicht mit mehr Medizin und noch mehr Intensivstationen oder Chemotherapeutika, sondern mit einer anderen Kultur von Arbeiten, Leben, miteinander umgehen, sind diese Symptome, die heute das gesamte Krankenversorgungssystem befassen, anzugehen. Wir haben gegenwärtig in der Bundesrepublik Deutschland, in der gesetzlichen Krankenversicherung betrifft 90% der Bevölkerung, pro Kopf 2.600 Euro im Jahr zur Verfügung. Für präventive Aktivitäten, Kurse nach § 20 im Sozialgesetzbuch 5, werden gegenwärtig 4,44 Euro ausgegeben, also ein Sechzigstel des Gesamtvolumens. Angesichts des Krankheitsbildes muss sich dieses Verhältnis gravierend und grundlegend ändern, vielleicht 1 zu 20. Sie sehen also, der Markt, die Chancen, die Möglichkeiten sind offen. Die gesellschaftliche Umbruchssituation, in der wir leben, hat Lebens- und Arbeitsweisen herausgebildet, die die Gesundheit des Einzelnen nicht befördern. Und die neue Gesundheitsverantwortung wird inzwischen breit eingefordert, aus der Bevölkerung heraus. Und das Gesundheitssystem, wie wir es heute kennen, ist den Aufgaben wirklich, wirklich nicht mehr gewachsen. Es bedarf einer grundlegenden Erneuerung und Umorganisation. Was steht da an? Im Großen und Ganzen ein Prozessmusterwechsel. Ich weiß nicht, einige von Ihnen können sich noch an das Jahr 1968 erinnern. Da waren olympische Spiele in Mexiko, sprang ein junger Amerikaner rückwärts über die Hochsprunglatte. Bis dahin waren wir alle gewohnt, dass man vorwärts und quer über die Hochsprunglatte springt. Das war ein Prozessmusterwechsel. Und solche Prozessmusterwechsel machen erst mal ungute Gefühle. Wir glaubten damals, das kann doch gar nicht normal sein, das wieder natürlich, so anzulaufen, über Latte zu springen. Das macht fast weh, wenn man dem zusieht. Aber es war ein Quantensprung in der Leistungsfähigkeit von Spitzensportlern und Fosbury selbst. Der Fosbury-Flop ist dieser Stil. Er sagte, der Wechsel im Handeln, der überraschende Dreh, verlangt eben Freiheit im Denken, Abstand vom Bestehenden und so etwas wie ein spielerischer Umgang mit dem, was wir kennen und was wir haben. Also Mut, Neues zu wagen, Mut, Neues zu probieren. Und diese Prozessmusterwechsel, die wir kennen, gehen von den Bildern der Räderwerke. Soziales Leben ist kein Räderwerk. Fabriken sind keine Megamaschinen. Und es war ein Mediziner, Psychologe und Pädagoge, der 1969 zum ersten Mal begann. Unternehmen stand in anthroposophischen Kulturkreisen nahe. Lefechot, das Buch hat er mit einem Kollegen, Herrn Glasel, veröffentlicht, wie Unternehmen sich entwickeln und entfalten. Und er beschrieb Unternehmen als soziale Organismen mit einem geistigen, visionären Pol, mit einem materiellen Pol, mit einem Handlungsfeld und mit einem Bildungsfeld. Und wenn Unternehmen unklar in der geistigen Orientierung sind, klappt es auch mit den Finanzen schlecht und die Prozesse, die zu guten Produkten führen sollen, geraten durcheinander. Sie können dieses Modell, soziale Organisation, als lebendigen Organismus über alles anwenden. Und wenn Sie heute in ein Krankenhaus gehen und mal fragen, wo ist die geistige Orientierung, wie geht man achtsam mit den materiellen Verhältnissen um, was spüren die Menschen wirklich, wirklich, sehen Sie, dass eine gesamte Organisation krank ist und es kommt nicht von ungefähr, dass dann die Krankenstände bei den Angestellten und Beschäftigten in Krankenhäusern höher sind als in anderen Wirtschaftszweigen. Vom Räderwerk geht die Entwicklung hin zum Netzwerk. In jedem Menschen schlummern meist noch nicht geweckte Potenziale. Wenn es gelänge, auf eine andere Art und Weise in Beziehung zu treten, können sich Entwicklungsperspektiven eröffnen, die weit über das hinausgehen, was sie bisher vermöglich hielten, sagt Gerald Hüther, ein Neurobiologe aus Göttingen. Die Neurobiologie, die Sozialwissenschaften, auch selbstkritisch orientierte Mediziner entwickeln heute eine Theorie- und Handlungsanleitende Praxis für Heilsysteme der Zukunft, die ganz anders aussehen als mechanistische Konzepte. Es sind kommunikative Organisationen, die neu entstehen und der Herzinfarkt in diesem Konstrukt ist eben kein Maschinendefekt, keine Pumpenstörung mit verstopften Röhren, sondern ein Beziehungsproblem zwischen individueller emotionaler Situation und Herzmuskelzellen oder zwischen Individuum und sozialem Raum, denn der Herzinfarkt tritt dann gehäuft auf, wenn die einzelnen Bürgerinnen sich in ihren sozialen Bezügen nicht mehr aufgehoben und geborgen fühlen. Neues Denken setzt sich durch, macht sich breit. Lars Kollind hat 1992 ein Hörgeräteunternehmen in Kopenhagen übernommen. Dieses Unternehmen war eigentlich insolvent, konkursreif. Er ging rein und hat die ganze Organisationsstruktur umgestellt, alle Insignien von Macht und Herrschaft abgeschafft, alle Sekretärinnen und Vorzimmer aufgelöst, den gesamten Betrieb umorganisiert in ein Unternehmen, das aus sich selbst steuernden Arbeits- und Projektgruppen existiert, mit einem Leitungskreis, bestehend aus zehn Personen, bei denen drei aus der Belegschaft gewählt waren. Und Kollind nennt diese Organisation eine lebensnahe, dem Gehirn abgeguckte Organisation. Es sei nicht wichtig, was zwischen den Zellen passiert, sondern wichtig ist, was hinten rauskommt. Auch im menschlichen Gehirn sind permanent ganz viele Zellen miteinander in Kontakt. Vieles läuft auch chaotisch ab. Entscheidend ist, was hinten rauskommt. Wir haben die gesamte Organisationsstruktur abgeschafft. Wir kümmern uns nur noch um Erfolg. Und Ergebnisse, Formalitäten gibt es nicht mehr. Das ist eine andere innere Haltung. Das ist eine andere Konzeption. Die Betriebswirtschaft nennt das Spaghetti-Organisation, weil die Mitarbeiter sich zueinander verhalten, wie gekochte Spaghetti im Teller, eng miteinander im Kontakt, hoch flexibel. Entscheidend ist es, wie es hinten rauskommt. Die meisten Bürokraten litten schon als Kinder unter der schier unendlichen Weite ihres Laufstalls. Sie werden immer wieder erleben, dass sie in Organisationen auf Menschen treffen, die ihre Angst abwehren, indem sie neue Ordnungen erfinden. Es gibt in Hamburg ein Krankenhaus, da gab es eine Fußmatten-Umdreh-Verordnung. Viele Ärzte und Beschäftigte im Gesundheitswesen kämpfen tagtäglich mit dem medizinischen Dienst der Krankenkassen. Das ist auch eine ähnliche Organisation, wo sozusagen die Festzuchung von Ordnung wichtiger sind, als die Frage, was brauchen die Menschen wirklich, wirklich. Die Fließbänder, die in einer technokratischen Industriekultur produktiv und wirksam werden, werden abgelöst durch Teamarbeit. Was Sie hier sehen, ist das Team. Und man sieht es hinten an den Auspufftöpfen in einer Automobilfabrik. Etwa zu dem Zeitpunkt, als Lars Kollind zu Otikon, dem Hörgeräteproduzenten in Dänemark kam, kam Wendelin Wiedeking zu Porsche. Und er hat dort Porsche revolutioniert, japanische Berater geholt. Eine der ersten Aktionen war, Herrn Wiedeking in einen Blaumann zu stecken, mit einer Kreissäge in der Hand und durch die Werkhallen gehen zu lassen und die dort vorhandenen Teilelager auf 1,50 Meter, die waren 3,50 Meter hoch, abzulängen. Das zwang dann die Menschen am Fließband zu überlegen, was brauchen wir wirklich und wie können wir die Produktionsprozesse so reorganisieren, dass das besser läuft und besser geht. Die selbststeuernde Produktionsteams war ein Organisationskonzept, das in der Automobilindustrie Produktivität, Effizienz und Effektivität der Prozesse revolutionierte. Also Autos zu produzieren, ist wesentlich weniger komplex, als Menschen unter bestehenden Verhältnissen gesund zu halten, von der Geburt bis zum Tode. Also Fabriken, die tayloristische Ordnungsmuster, die Fließbandsysteme im Gesundheitswesen etablieren wollen, werden keine Zukunft haben. Und wenn Automobilmanager, Herr Piecht hat das, von der atmenden Fabrik sprach, für den Bau von Automobilen müssen wir auch lernen, von atmenden Krankenhäusern oder atmenden Gesundheitszentren zu sprechen und sie auch zu denken. Was die Menschen brauchen, ist wichtig und wir müssen lernen, die Strukturen der Kultur von Heil und Helfen wieder anzupassen und aufhören, unser tägliches Handeln durch vorhandene Strukturen vergewaltigen zu lassen. Die arbeitsteilige Hierarchie war vielleicht sinnvoll zu einem Zeitpunkt, als moderne Kommunikationstechnologie nicht da war, aber auch Führungskulturen sind Ausdruck einer erworbenen Haltung und hin zur Gruppe heißt es, wir müssen eine Kultur der Potenzialentfaltung, wiederum ein Ausspruch von Gerald Hüther, entwickeln und praktisch umsetzen. Was heißt das nun für die Prozesse, für die Umgangsweisen mit Krankheit und Leid, mit fehlender oder nachlassender Gesundheit? Der zweite Gesundheitstag, den wir in Hamburg machten, hat einen Versuch gemacht, mal zu formulieren, was alternative Therapeuten von den Etablierten unterscheidet und wir kamen zum Ergebnis, wir müssen in unserer inneren Haltung anders sein. Wir können nicht für die Menschen, deren Gesundheit produzieren. Wir können nur mit ihnen zusammen gucken, wie ein Meer an Gesundheit geschaffen werden kann. Wir weigern uns künftig, stellvertretend für die betroffenen Menschen zu definieren, was deren Gesundheit ist, denn es gibt viele Weisen von Gesundheit wie Arten von Schönheit und Glück. Wir können mit den Menschen zusammen nach Wegen zu einem Meer an Gesundheit suchen und sie dort dann helfen, begleiten. Das ist für einen Arzt schwer, denn der Arzt wird sozialisiert in der inneren Vorstellung, ich habe Macht, ich beherrsche die Krankheiten und bin in der Lage, für die Menschen das Heilsame zu bringen. Innerlich sich zurückzunehmen und ihr mit Respekt und Ehrfurcht vor den Wundern des Lebens zu agieren, braucht dann Persönlichkeiten, die selbstbewusst zu ihrer Ohnmacht und bescheiden zu ihrer Macht stehen. Persönlichkeiten, die etwas haben, was viele Mediziner heute vermissen lassen, einen eigenen inneren Halt, eine eigene innere Orientierung, eine Persönlichkeit, die ein kräftiges Ich widerspiegelt. Große Teile der medizinischen Imperien, all der Insignien von Macht und Herrschaft, die damit einhergehen, haben auch die Notwendigkeit im Hintergrund, ein kränkelndes oder schwaches Ich von Medizinern mit einem sekundären Korsett auszustatten. Wir überwinden die Konkurrenzen zwischen den Professionen, wir überwinden die Konkurrenzen zwischen den einzelnen Methoden, und wir lernen voneinander und helfen uns gegenseitig. Ein Gesundheitssystem, das Geldzuweisungen ordnet, indem man Professionen als gut oder weniger gut, indem man Methoden als evident oder nicht evident kennzeichnet, hat keine Zukunft. Es wird eine Zeit kommen, wo man nicht mehr auf die Methoden guckt, sondern auf die Persönlichkeiten. Die Psychotherapieforschung hat eindeutige Ergebnisse erbracht, nicht die Frage Verhaltenstherapie, Psychoanalyse oder Gestalttherapie ist wirklich entscheidend, sondern die Beziehung zwischen Therapeut und Klient ist entscheidend, ob ein heilsamer Entwicklungsprozess in Gang kommt und auch umgesetzt werden kann. Und deswegen empfehle ich auch allen komplementären Heilberufen und helfenden Angeboten, aufzuhören, eine rivalisierende Konkurrenz zwischen unterschiedlichen Methoden vorzunehmen, sondern das gemeinsame Ziel ins Zentrum zu nehmen, Wir sind da, um eine gesündere Lebenswelt zu schaffen, so wie sie gegenwärtig ist. Und das hat auch die Weltgesundheitsorganisation erkannt, Ilona Kickbusch und Helmut Milz, die beiden Architekten der Ottawa-Charta zur Gesundheitsförderung und dieser globalen Umorientierung in der Gesundheitspolitik, formuliert das in der Ottawa-Charta folgendermaßen, Gesundheit wird von den Menschen in ihrer alltäglichen Umwelt geschaffen und gelebt, dort wo sie spielen, lernen, arbeiten und lieben. Heute setzt sie meistens noch und googeln dazu. Gesundheit entsteht dadurch, dass man sich um sich selbst und für andere sorgt, in die Lage versetzt ist, selber Entscheidungen zu fällen, eine Kontrolle über die eigenen Lebensumstände auszuüben, sowie dadurch, dass die Gesellschaft, in der man lebt, Bedingungen herstellt, die all ihren Bürgern ein Mie an Gesundheit ermöglicht. Also das ist ein Empowerment-Konzept. Das ist ein gesundheitspolitisches Programm, das den Bürger als solchen wieder ernst nimmt. Und wir ahnten damals in Hamburg beim Gesundheitstag schon, wie sie an dem Piratenschiff sehen konnten, dass irgendwann ein Aufschrei aus der Bevölkerung kommt und die Piraten sich wieder zeigen, um in kurzer Zeit und nur basiert auf moderner Kommunikationstechnologie, also einem kommunikativen Konzept von gemeinsamer Organisation, einige politische Formationen zum Tanzen zu bringen. Die Ottawa-Charta zur Gesundheitsförderung hat fünf Dimensionen abgegrenzt, um die es geht und die wir bedenken dürfen und bedenken müssen. Einmal, wie können wir gesundheitsbezogene Gemeinschaftsaktionen unterstützen? Sie werden noch ein paar Beispiele von mir bekommen. Wie können wir in den Settings, in den Schulen, in den Stadtteilen, in den Betrieben gesundheitsförderliche Lebenswelten schaffen? Wie können wir aber auch die Gesundheitskompetenz von Menschen verbessern in den Bildungssystemen und die Gesundheitsdienste neu orientieren und dafür sorgen, dass auch die Verkehrsverhältnisse so sind, dass sie die Gesundheit möglichst wenig beeinträchtigen? Frau Kickbusch spricht von der dritten Gesundheitsrevolution, die ansteht und die handelt von der Förderung der Gesundheitsressourcen in den jeweiligen Lebenswelten. Gesundheit wird sozial, politisch wie persönlich zur treibenden Kraft der künftigen Entwicklungen. Auch in der Wissenschaft zeigt sich überdeutlich, dass die bisherigen mechanistischen Konzepte nicht mehr stimmen. Gehen, wie wir Menschen auf die Welt kommen, Personen, wie wir im Leben werden, uns selbst bilden und soziale Kultur sind miteinander verwoben. Es gibt kränkende Kräfte, die diesen Globus, den Sie sich auch noch pulsierend vorstellen dürfen, des Lebens durchziehen und es gibt heilende Kräfte, die vorhanden sind. Wir können Schmerzen mit Aspirin bekämpfen, aber auch mit einer Veränderung des individuellen Lebensglücks. Die Deutschen haben bei ihren Alltagssorgen andere Krankheitsbilder in ihrem Portfolio als die Franzosen. Die Franzosen, eher spielerisch veranlagt, projizieren die Alltagssorgen auf die Leber. Deswegen gibt es kein Gesundheitssystem, das mehr Leberschutzpräparate in seinen Arsenalen hat, als das französische Gesundheitswesen, die Deutschen, produzieren Herzkrankheiten, sind eher etwas depressiv, la moyante veranlagt, die gesamte Kultur. Und es gibt eine Krankheit, die gibt es nur in Deutschland, der niedere Blutdruck. Das ist in Amerika ein Grund, eine geringere Lebensversicherungsprämie zu genehmigen. Die Hypotonie wird in Deutschland behandelt. Ein englischer Allgemeinmediziner meinte, er erkennt die Nationalität seiner Patienten an ihren vorherrschenden Bedürfnissen. Die Franzosen wollen Zäpfchen, weil die an der Leber vorbeigehen. Die Deutschen wollen Apparate, weil sie sich nur gut behandelt fühlen, wenn sie gemessen und an Geräte angeschnallt werden. Es gibt aber auch in Deutschland neben diesen medizinisch-technokratischen Entwicklungsprozessen eine ganz andere Kultur, die ich somatagogische Kultur nennen will. Sie sehen hier Gerda Alexander, die vor kurzem 100 Jahre alt geworden wäre. Jeder einzelne Mensch lebt in seinem persönlichen Beziehungsgeflecht, das wiederum eingebunden ist in das große Netz der Wechselwirkung der ganzen Welt. Gerda Alexander ist die Begründerin der Eutonie, Feldenkreis, Atemtherapie. Aus der Rhythmik, aus dem Tanz, aus der Pädagogik der europäischen Kulturen sind Entwicklungsprozesse entstanden, die sehr viel Ähnlichkeit haben und auch sehr viel Verwandtschaft haben zu dem, was Yoga und die fernöstlichen Haltungsweisen zum Vorschein gebracht haben, das Wissen, dass mit einer Änderung körperlicher Erfahrung seelische Bedingungen verändert werden können. Und dieses Wissen zu kultivieren, dieses Wissen umzusetzen in eine Alltagspraxis von Leben, Handeln und Miteinander umgehen, das ist das, was jetzt ansteht. Und deswegen sind wir alle Mitglied im Dachverband der freien Gesundheitsberufe, denn es geht um Freiheit. Und Freiheit für Erwachsene heißt Verantwortung. Und Freiheit in Verantwortung vollzieht sich in Beziehungen zu anderen Menschen und zu den Dingen, die unsere Welt so ausmachen. Wenn wir also Gesundheit als die Fähigkeit eines Systems sehen, im Lebensrhythmus von Spannung und Entspannung, von Chaos und Ordnung, von Krise und Lösung immer wieder in einen Zustand des Gleichgewichtes zu gelangen, dann kommen wir nicht umhin, die unterschiedlichsten daran beteiligten Systemparameter gleichwertig im Auge zu behalten. Eine wunderschöne Formulierung, ich weiß gar nicht, wer die gemacht hat von uns. Im Programmkatalog zu diesem Kongress mit dem wunderschönen Titel Es geht ums Ganze, Geld, Gesundheit und Gemeinschaft. Und die Bevölkerung weiß es längst, dass die innere Haltung unmittelbar Seele und Geist beeinflusst. Und ich kann Depressionen bekämpfen, indem wir den aufrechten Gang üben, empfinden und spüren. Und ich kann Depressionen verstärken, indem ich den Druck auf den Schultern deutlicher wahrnehme und dabei in die Knie gehe. Die Heilmittel der Moderne, die Heilmittel der Zukunft sind Bildung, soziale Teilhabe und Gemeinschaft. Und das drückt sich vielfältig aus. Hier sehen Sie das Bild einer betrieblichen Gesundheitsmanagement-Kultur in einer Papierfabrik in Thüringen, in Aalfeld. SAPI, Aalfeld heißt die Firma. Eine Betriebspräventologin dort kam auf die Idee, das Abspecken der Belegschaft anders zu organisieren, als man es gemeinhin macht. Die Papierfabrik hat große Lastwagenwagen, auf denen die Tonnage gewogen wird, wenn das Papier weggefahren wird. Man hat die gesamte Belegschaft draufgestellt, hat die Tonnen gewogen und gesagt, wir nehmen gemeinsam ab. Das bringt bunte Bilder für die lokale Presse, macht Freude unter den Beteiligten und ist ein Konzept, das nicht diskriminiert. Auf solche Ideen kommen nur Menschen, die drin sind. Deswegen wird betriebliches Gesundheitsmanagement der Zukunft nicht von außen in die Betriebe getragen werden, sondern es wird ein Wechselverhältnis sein zwischen denen, die draußen sind und denen, die von drinnen kommen. Es sind fünf Faktoren, die entscheidend sind für den Erfolg moderner, weltweit agierender Organisationen und Unternehmen. Einmal, man liebt Leute, die über die Grenzen hinweg denken, Pioniergeister, die mal quer liegen, die nicht alles gleich mitmachen. Zweitens, man pflegt eine Konfliktkultur und Streitkultur, wo die Dinge auf den Tisch kommen. Ein Konflikt in einer Belegschaft ist eher Motor und Antrieb für Veränderung und Verbesserung und man kultiviert das Willgefühl. Sie erkennen kranke Betriebe an der inneren Stimmung. Man kommt rein, man spürt schon die Angst, man empfindet die Unsicherheit einzelner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Maßstab für Gesundheit oder Krankheit in einem Unternehmen ist die Diskrepanz zwischen Flurfunk mit seinen Inhalten und Botschaften und offizieller Kommunikation in der Mitarbeiterzeitung dieses Unternehmens. Ist diese Diskrepanz möglichst klein? Ist das Unternehmen ziemlich gesund? Ist die sehr groß? Ist das Unternehmen sehr, sehr krank? Sinnvermittlung, dass vom Pförtner bis zum Chef alle wissen, welcher Anteil ihre jeweilige Arbeit am Erfolg des Ganzen hat. Das ist bedeutsam und am bedeutsamsten ist eine offene und freifließende Kommunikation. Sie müssen gar nicht mitschreiben, wer will, kann diese Bilder und Dateien, die liegen hier auf dem Laptop, haben und mitnehmen. Man braucht nur ein Stick. Das ist ein Bild aus dem betrieblichen Gesundheitsmanagement der Firma Tesa, da diese Kleberollen, werden da gemacht in Offenburg, wo ein Betriebspräventologe entsprechende Programme macht. Krankenkassen bieten Programme an. Sehr hilfreich ist die Homepage des Bundesverbandes der Betriebskrankenkassen, wo auch eine Menge an Tools vorhanden sind. Betriebliches Gesundheitsmanagement setzt voraus, dass man eine betriebliche Diagnose stellt. Man guckt, was ist und man muss natürlich die Mitarbeiter ins Boot holen. Die Schritte wären, Ziele zu definieren, einen Gesundheitstag, also ein Ereignis, ein Event in diesem Betrieb durchzuführen, dann die Ergebnisse der Rückmeldungen aus der Belegschaft auswerten, in Maßnahmen übersetzen, die Umsätzen durchführen und regelmäßig evaluieren. Das hat schon Thomas von Aquin auf den Punkt gebracht, Gesundheit ist weniger ein Zustand und mir eine Haltung und die gedeiht mit der Freude am Leben. Das ist der Zielspruch des Berufsverbandes Deutscher Präventologen, dem ich vorsitzen darf. Und der Präventologe ist ein Kunstbegriff, eine Wortmarke, die eigentlich zum Ausdruck bringen muss, so wie jeder Mann in Deutschland seinen Kardiologen sucht und jede Frau ihren Gynäkologen brauchen Bürger, die gesund leben wollen, einen Präventologen. Das ist aber keine Marke, die jetzt eine definierte, berufsständig abgegrenzte Identität widerspiegelt, sondern ein Wertmaßstab, der eine innere Haltung und Orientierung widerspiegelt. Alle können das werden, unabhängig von ihrer jeweiligen Primärprofession, ist ein kleines Bildungsunternehmen, in dem Präventologen ausgebildet werden. Und es geht darum, und daran wird es deutlich, Fachleute zu haben, die in der Lage sind, und sie können das alle in ihren jeweiligen beruflichen Alltagen, die in der Lage sind, den Menschen das innere Gefühl zu vermitteln, ich kann mein Leben meistern, ich bin in Herausforderungen gewachsen, ich bin nicht allein, es macht Sinn, all das, was ich tue, und ich blicke zuversichtlich in die Zukunft. In Baden-Württemberg wird eine Gesundheitsstrategie umgesetzt, basierend auf einem Kabinettsbeschluss, in dem deutlich zum Ausdruck gebracht wird, dass Miteinander zusammenleben, Solidarität, Mitmenschlichkeit gesund macht. Und jetzt bin ich durcheinandergekommen, muss ich die Bilder neu einladen. Liebe, Mitgefühl, Freude und Gleichmut, hat Adrian von Wagensfeld gestern gesagt, sind die inneren Haltungen, die gebildet, erarbeitet werden müssen, und ob sie Euthonie, Feldenkreis oder Yoga machen, überall wird diese Selbstwirksamkeit, diese Selbsterfahrung so gestärkt und möglich, dass man ein Mia an Gesundheit erhält. Es geht darum, Solidarität, solidarisches Miteinander neu zu kultivieren, und das wird auch erfolgreiche Unternehmen in der Zukunft ausmachen. Alle Erkrankungen nehmen zu, wenn das soziale Bindegewebe zerbricht. Und als Alice im Wunderland in einer Weggabelung stand und den Kater am Wegesrand fragte, welcher Weg ist hier der richtige, war die schlichte Antwort, das hängt davon ab, wohin du willst. Ich denke, wir wollen alle eine Gesellschaft, in der man achtsam und liebevoll miteinander umgeht, in der man sich Zeit nimmt für sich selbst und seine Nächsten und Liebsten und in dir, Mann und Frau, die Probleme gemeinsam angehen, achtsam miteinander leben und arbeiten, und dafür sorgen, dass das Gemeinsame immer wichtiger ist als das Egoistische. Das mag nun für Sie idealistisch und vielleicht blauäugig klingen, manche sehen das so, nein. Das ist eine Überlebensfrage, die heute neurobiologisch begründbar ist, solidarische Gesellschaften überleben, unsolidarische Gesellschaften gehen unter. Und da das Leben in seiner Gänze immer leben will und nicht sterben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns zu einer besseren Gesellschaft entwickeln, höher als das Gegenteil. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Vielen Dank, Alice Huber. Diesen Aufruf zum Schluss, den möchte ich gerne aufgreifen, gemeinsam die Probleme anzugehen, gemeinsam neue Lösungen zu finden und den Geist von Yoga gemeinsam in die Welt tragen, nicht nur in die Businesswelt, aber auch in die Businesswelt. Und in diesem Sinne möchte ich auch gerne einladen zu den weiteren Veranstaltungen. Hier im Raum geht es jetzt passend weiter mit einem Kooperationsmodell für Yoga-Lehrer. Gemeinsam tun wir uns leichter. Wir sind gerade dabei, Regionalgruppen zu initiieren. Also wenn ihr daran Interesse habt, dann hört euch das an und vielleicht findet ihr in eurer Region, in eurer Gegend auch Menschen, die das gleiche Interesse haben. Die beiden weiteren Workshops, die parallel angeboten werden, das wären in Anlehnung an das, was du zu den freien Gesundheitsberufen gesagt hast, Neues vom komplementären Gesundheitsbereich, Trends, Projekte, Allianzen. Also auch ein spannendes Thema, das die Suria Thelen, die hier das Projekt Shanti leitet, abdecken wird. Und parallel dazu gibt es noch eine dritte Veranstaltung, Wie gründe und leite ich ein Yoga-Vidya-Koop-Center? Also auch eine Ausprägung von gemeinschaftlichem Handeln hier in Kooperation mit Yoga-Vidya. Ich wünsche euch viel Spaß bei den weiteren Workshops. Danke. Vielen Dank.